Hallo und herzlich willkommen auf Infobox, Ihr Kanal für Informationen, Meinungen, Reportagen, Aktuelles, Ereignisse und vieles mehr. Wir müssen reden. Wir müssen heute über einen unglaublichen Vorfall reden, der sich in Mecklenburg-Vorpommern ereignet hatte. Es geht um die Denunziation und Verunglimpfung einer 16-jährigen Schülerin. Kaum zu glauben, leider doch wahr. Seit Tagen kursieren Nachrichten in digitalen Netzwerken, aber auch in den Mainstream-Medien, dass eine 16-jährige Schülerin, sie wird Miriam genannt, der Name wurde zum Schutz der Schülerin geändert, auf TikTok ein Video mit den Schlümpfen und dem Kommentar, die Schlümpfe und Deutschland haben etwas gemeinsam, die Schlümpfe sind blau und Deutschland auch veröffentlicht hat. Dabei bezog sie sich auf eine geografische Karte, auf der die AfD mit blau gekennzeichnet war. In einem weiteren Post hat sie gesagt, dass Deutschland kein Ort, sondern Heimat sei. Damit wollte sie vermutlich ihre Verbundenheit mit dem Land, in dem sie lebt, zum Ausdruck bringen. Das allein war für den Schulleiter des Richard-Vosidlo-Gymnasiums in Rippnitz-Klammgarten anders genug, um die Polizei wegen eines möglicherweise strafrechtlichen Sachverhalts anzurufen, die mit dem Streifenwagen und drei Polizeibeamten unverzüglich anrückte. Der Pressesprecher der zuständigen Polizeiinspektion Strahl-Sund, Marcel Opitz, begründete den Einsatz damit, dass Informationen vorgelegen hätten, wonach eine Schülerin mutmaßlich verfassungsfeindliche Inhalte in sozialen Netzwerken verbreitet haben könnte. Es wurde aufgrund des Anrufs der Schuldirektion ein Funkwagen zur Schule geschickt, um diesen Sachverhalt zu prüfen. Auf diesen Vorfall hatte mich schon vor einigen Tagen meine Tochter aufmerksam gemacht. Ich konnte und wollte es eigentlich nicht glauben. Nachdem ich nun überall Berichte gelesen und gesehen habe, sogar im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern wurde gestern darüber debattiert. Denn der politische Sprecher der AfD-Fraktion, Enrico Schult, hatte diese Angelegenheit aufgegriffen und den Innenminister in Mecklenburg-Vorpommern, Christian Pegel, zur Regel gestellt. Nachdem das alles so weit bekannt wurde, habe ich mich heute dieser Sache auch angenommen. Wir sehen uns mal den Ausschnitt, der von der AfD-Fraktion veröffentlicht worden ist, gemeinsam an. Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, sehr geehrter Minister Pegel, ich möchte Sie zu einem, so meine ich, ungeheuerlichen Vorfall in dem Richard-Vassilo-Gymnasium in Rebnitz-Dammgarten befragen. Am 27.02. sind dort drei Polizeibeamte gerufen worden vom Schulleiter. Hintergrund war eine Mail, eine anonyme Mail, wo ein Mädel vorgeworfen wurde, einer Schülerin wurde vorgeworfen, dass sie sozusagen auf TikTok rechte Dinge gepostet hätte. Daraufhin sind drei Kollegen der Polizei dort aufgetaucht im Gymnasium. Letztlich musste festgestellt werden, dass es lediglich ein Schlumpfvideo war, was da gepostet wurde, oder dass der Begriff Deutschland ist kein Ort, Deutschland ist Heimat. Und sie wurde quasi befragt von den Beamten und von dem Schulleiter. Die Beamten führten dann eine Gefährderansprache durch, obwohl nichts Justiziables festgestellt werden konnte. Heute sagten sie ihr, dass sie in Zukunft solche Posts unterlassen möge. Daher stellt sich mir die Frage, Herr Minister, inwieweit sehen Sie das als verhältnismäßig an, wie gesagt, aus einem laufenden Unterricht das Mädel zu holen? Was die gemacht haben, ist in der Tat durchzuschauen, gibt es eine strafrechtliche Relevanz. Da war offenbar die Schulleitung in Sorge. Diese strafrechtliche Relevanz haben die Kolleginnen und Kollegen nicht gesehen, und zwar auch deutlich kommuniziert. Gleichwohl haben sie die Sorge gehabt, dass wir auf eine Schülerin oder einen Schüler, ich würde das gerne neutral erhalten, glaube, dass wir alle gut daran tun, die Persönlichkeitsrechte zu wahren, dass sie auf diesen Beteiligten zugegangen sind, in der Tat darauf hingewiesen haben, dass man achtgeben muss, wo die Grenzziehung ist. Das dient nach unserer Überzeugung dem Schutz sowohl der Schülerin als auch in der Gesamtkonstellation, dem Schutz der Schule, weil wir dann auch ein Stück weit Grenzziehung klar bekundet haben. Die Frage stellte sich mehr auch nach der Verhältnismäßigkeit. Ich sagte es, das Mädchen, die Person, wurde aus dem laufenden Unterricht geholt. Man hätte ja diese Gefährdeansprache durchaus auch in der Pause durchführen können. Es hat was von Exempel statuieren, es hat was davon sozusagen der gesamten Klasse, der gesamten Schule. Man muss sich das mal bildhaft vorstellen. Der Schulleiter und drei Polizeibeamte führen ein Mädel durch die gesamte Schule und sprechen das dann quasi an vor den Schülern, vor den Augen der anderen Schülern. Das schließt sich mir nicht. Die Verhältnismäßigkeit ist für mich da auch nicht gegeben. Daher auch die Sache, dass man da eventuell ein Exempel statuieren wollte. Ich glaube, dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt war, weil man keine Festnahme, keine Handschellen, keine böse Ansprache gewählt hat. Die Reaktion des Innenministers von MV, Christian Pegel, ist für mich einfach unglaublich. Es ist sogar die Rede von einer Gefährderansprache. Was bedeutet der Begriff eigentlich? Dazu sehen wir uns mal das Polizeigesetz an und in Paragraf 29 des Polizeigesetzes steht, rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass eine Person in einem überschaubaren Zeitraum die öffentliche Sicherheit stören wird. Kann die Polizei diese Person über die geltende Rechtslage informieren und ihr mitteilen, welche Maßnahmen die Polizei im Fall einer bevorstehenden oder erfolgten Störung ergreifen wird. Zu diesem Zweck kann die Polizei die Person ansprechen, das nennt man dann Gefährderansprache, oder anschreiben, Gefährder anschreiben. Der Innenminister Pegel war tatsächlich der Meinung, dass der Vorgang verhältnismäßig sei. Es handelte sich nicht um eine Festnahme, man hatte Miriam auch nicht in Handschellen abgeführt. Für mich ist das ein unglaublicher Vorgang, denn es geht nun auch noch um Volksverhetzung, nur weil Miriam ein Video gepostet und gemeint hat, dass Deutschland ihre Heimat sei. Wir vergegenwärtigen uns die Aussage der Mutter. Dazu gehen wir mal auf die Seite von Junge Freiheit. Da heißt es, Miriam erzählt zu Hause alles der Mutter. Zum Glück hat meine Tochter einen starken Charakter. Sie wurde schon einmal von einer Lehrerin, die mit einem Türken verheiratet ist, angesprochen. Das könne doch nicht wahr sein, dass meine Tochter AfD wählen würde. Ob sie wolle, dass ihr Mann und ihre Kinder zurück in die Türkei müssten. Bei Miriams Mutter ist nun die Schmerzgrenze erreicht. Ich rief in der Schule beim Direktor an. Ich sagte, Herr Zimmermann, wenn Sie meinen, dass mit meiner Tochter etwas nicht stimmt, dann reden Sie zuerst mit mir. Da sagte der Direktor zu mir, dass er das nicht dürfe. Er habe die Auflage, sofort die Polizei zu informieren. Da müssten wir uns mal ansehen, wer ist eigentlich die Bildungsministerin von Mecklenburg-Vorpommern? Das ist die Frau Simone Oldenburg von den Linken. Und es wäre zu prüfen, gibt es tatsächlich solche Anweisungen? Weiter heißt es, plötzlich geht es um Volksverhetzung. Nach der Feststellung, dass nach vorliegenden Informationen kein strafrechtlicher Sachverhalt vorzulegen scheint, wurde mit der Schülerin eine Art Gefährderansprache. Wir hatten uns das gerade angesehen, was es bedeutet, Gefährderansprache. Hier ein normenverdeutlichendes Gespräch gemäß § 13 SOG MV geführt, so Polizeisprecher Opitz, um letztendlich aufzuzeigen, dass es Straftatbestände wie § 86a Strafgesetzbuch und andere gibt. Das muss man übersetzen. Das sogenannte SOG könnte man auch abgekürzen. Also das SOG MV ist das Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Mecklenburg-Vorpommern, § 13 definiert die allgemeinen Befugnisse, die Ordnungsbehörden und die Polizei haben im Rahmen der geltenden Gesetze die nach pflichtgemäßen Ermessen notwendigen Maßnahmen zu treffen, um von der Allgemeinheit oder dem Einzelnen Gefahren abzuwenden, durch die die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bedroht wird. Das steht so tatsächlich im Gesetz, das verabschiedet worden ist von Mecklenburg-Vorpommern, ein Video von den Schlümpfen, die blau sind, und ein Bekenntnis zur Heimat reichen also schon aus, eine 16-jährige Schülerin zu verdächtigen, gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu verstoßen. Das ist tatsächlich ein unglaublicher Skandal. Nicht nur, dass gestern im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern der Innenminister zur Rede gestellt worden ist, die AfD-Chefin Alice Weidel äußerte scharfe Kritik an dem Vorgehen. In dem Fall, beziehungsweise der Fall in Mecklenburg-Vorpommern zeigt die Methodik auf, mit der die politische Elite gegen Andersdenkende vorgeht, sagte die Politikerin. Die Bundestagsabgeordnete der AfD, Frau von Storch, stellte Strafanzeige gegen den Direktor der Schule wegen des Verdachts, der falschen Verdächtigung, der Nötigung und aller weiteren in Betracht kommenden Straftatbestände, wie es in dem Dokument heißt, dass der jungen Freiheit vorliegt. Ja, was sagt ihr dazu zu dieser Bespitzelung von Schülern? Was sagt ihr dazu, dass ein Direktor die Polizei gerufen hat, weil der Verdacht besteht, dass die Schülerin eine Straftat begangen haben könnte, dass sie eine Straftat begangen haben könnte in Richtung Volksverhetzung. Für mich ist das nichts anderes als Gesinnungsschnüffelei und ein weiterer Beweis dafür, dass unser Staat, dass unsere Justiz gegen Andersdenkende vorgeht und in diesem Fall sogar gegen eine 16-jährige Schülerin. Schreibt mir bitte eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie immer dieses Video teilen und liken, meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wie immer dieses Video teilen und die Glocke aktivieren, und die Glocke aktivieren, die Glocke aktivieren,